Musik Hallo Freunde der Kleine Spur, Zuseher meines Kanals, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, ich begrüße euch aufs Herzlichste. Ja, Oktober vorbei, fast letzter Tag heute und ich habe mir gedacht, ich hau schnell nur eine Tasse, ich habe ja ein bisschen was gemacht und das möchte ich euch nicht befreund halten, Bastelvideo, sowas gibt es momentan, Reparaturvideo auch nicht, ich habe nichts zum richten, es läuft alles, ich bin sehr zufrieden und daher habe mir gedacht, ich lasse mir hinterher ein bisschen was fahren, aber es geht jetzt um mein neustes Projekt, was ich gemacht habe, haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, ich weiß beim Freak nicht, wo, wann die Rechte hinkommt, aber ich habe etwas gefunden, das ist mir so in den Kopf genommen geschwirt und das möchte ich euch nicht befreund halten, ich zeige euch, das sind alles Eigenbauten, bis auf ein kleiner Saus, das ich noch im Fundus gehabt habe, das war da mal eine Schmiede und das habe ich da mit reingestellt, wenn ich das patsche ja eher da, das tue ich mit rein, aber lasst euch überraschen, schaut es euch selber an, sagt mir was dazu und ich habe euch das letzte Mal auch gesagt, ich möchte da vorne ans Eck, brauche ich noch ein Stellwerk oder sowas, aber das zeige ich euch nachher, was wir davor stellen, oder was besonders, ne, was soll es anders sein, wieder was, was es nicht mehr so gibt, aber schauen wir noch mal, heute hat irgendjemand von euch noch einen so einander liegen, was sagt mir, brauche ich nicht, na, schauen wir noch mal, was haben wir sonst noch, sonst haben wir eigentlich nichts, ich nehme euch jetzt ohne die Platten her, zeige euch das, gebe mir ein paar Bilder nachher, da habt ihr so ein bisschen Verständnis, dass man es auch ein bisschen sieht, aber was ich da gemacht habe, zeige ich euch jetzt, bespaß damit. So, dann fahren wir mal an da, da geht es los, ihr könnt es sich ahnen, eine Holzverladung, so, so, der Kildbrot rein, den nehmen wir noch mit, so weiter, also den Kran, wie besonders das Zeug habe ich selber gebaut, auch die Verladeböcke, die Baumstämme, den Holzlaster, mit Kran, habe ich natürlich auch selber gemacht, der ist also komplett zum Einfahren, den kann man verstellen, wie man braucht, dann habe ich gemacht, den kann ich noch packen, und das Holzlager, ich finde, das macht sich recht schön, ja, dann habe ich gesagt, gehen wir mal ans andere Eck vor, muss ein wenig langsam tun, und jetzt wieder meine Knie-Prothese, geht nochmal wie weit hin, also, Stellwerk, da, wo man denkt, nein, die Bäuerde schaut scheiße aus, also mache ich da im Anbau von der Bäckerei, gehe also nochmal ein Stück her, und da hat es einmal von Pola, hat es einmal ein Stellwerk zurückgegeben mit Signalbrücken, und ich dachte so, das schaut da absolut geil aus, wenn jetzt da Stellwerk steht, ne, und da dann die Signalbrücken drüber geht, das müsste doch eine feine Sache sein, ne, schreibt's was in den Kommentaren, sagt's mir, was du meinst, das wäre meins, ja, gehen wir nochmal durch, weil er nicht so hinten herkommt, und ich finde, die schaut echt klasse aus, hätte nicht geklappt, dass das mal so schön geklappt wird, und er macht's ja nicht gut, gut, das soll's gewesen sein, dann machen wir mit dem V-Video weiter. V-Video weiter. V-Video weiter. V-Video. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.